Reiner und die sündhafte Gewalt Bumsti hat Hunger Seit dreieinhalb Jahren tickert der Prepaid-Stromzähler täglich rund um die Uhr und versieht sämtliche Lebenszeitverschwendungen der Lotter-Lebenswurst mit einem erheblichen Aufpreis. Die Gasfaser fordert ihren Tribut ebenso wie das Telefon und auch das altersschwache Drachenmobil spediert den dicken, fetten Pfannkuchen nicht ohne Sprit zum Zwingel oder zum Zwangstermin. Rechnet man zu diesen unausweichlichen Pflichtabgaben noch monatlich ein neues Videospiel wöchentlich eine Lieferung Imbissbudenfraß oder ein Grillvergnügen mit einem Kilo Fleischsurrogat und täglich einen Liter Energy sind Kosten in der ungefähren Höhe des Hartz-IV-Regelsatzes zusammengeleppert und gelumpt aber noch keine einzige Schale Nudeln mit Analog-Käse-Dreck gelatzt keine Tiefkühlpizza, keine Chips, kein Weizenballon als Unterlage für die Waschfrauenwurst und auch keine Notfalltorte Alles Dinge, die der haltlose Fressklötch allerdings jeden Tag aufs Neue dringend benötigt will er nicht in absehbarer Zeit wieder aussehen wie ein ganz normaler Mensch Es ist beileibe keine Neuigkeit, dass sich die Versorgungslage in der Ranzschanze schon lange sehr deutlich an Brumstis Grundstimmung ablesen lässt Trudeln Barne und Sachspenden in erkläglicher Menge ein wird der Arschprallo heiter und zeigt sich gesprächsbereit und nimmt ein Video auf, in dem er lustige Gesichtskirmes veranstaltet mit dem Unterkiefer Winke Winke macht, weil es ja so besonders lustig ist, wenn er unfreiwillig einen Schlaganfallpatienten imitiert Schade nur, dass in diesem Jahr bisher praktisch keine Barne mehr geflogen kommen Weil YouNow seit Dreckseide nicht auf die Kette kriegt und endlich die Sicherheitslücke stopft, durch die der Ehrenhagger hineingelangt und den Barne-Hahn zugedreht hat Derweil liegt der Anteil von Bumsdies YouTube-Abonnenten die tatsächlich hageldomm genug sind, dem Battle-Wubi echtes hartes Geld einfach so zu schenken nach wie vor deutlich im Promille-Bereich Und nach wie vor bleibt also glücklicherweise nur eine Handvoll vermaledeiter Sozialkrüppel und besonders schlechter Menschen, die mit ebenso unverhältnismäßiger wie irrsinniger Freigiebigkeit verhindern dass das faule Fass voll Arschfett endlich genötigt wäre, sich mal auf dem Arbeitsmarkt umzusehen Rolo aller, schön umsehen würde er sich da nämlich, der arme, dumme Knallkopf Leider nein, leider gar nicht Mit Hängen und Würgen und hin und wieder einem Eimer Schweinekartoffeln statt des üblichen Industriedrecks mit Käseersatz überbacken wongelt die Mistmaden-Existenz weiter von einem Monatsersten zum nächsten Die Amazon-Wunschliste, die doch eigentlich einmalige und besondere Wünsche enthalten sollte wie Weiland der Brief ans Christkind, ist längst zu einer Einkaufsliste geworden auf der wieder und wieder dieselben Artikel aus dem ganz alltäglichen Supermarktsortiment erscheinen von besonders schlechten und dommen Menschen angeschafft und wiederum auf die Liste gesetzt werden wobei freilich die Laune des so beschenkten Beppos immer mieser wird Es ist einfach zu und zu schön, rot für dumm Und Bumsti wäre nicht Bumsti, wenn er den Grund für die unübersehbare Miesepetrigkeit nicht krampfhaft verschleiern wollte Über Geld redet man schließlich nicht, Geld hat man Diese Ur-Unaufrichtigkeit des Hageldommen-Haderlumpen liegt seiner gesamten Internet-Existenz zugrunde und um kein Jota wird aus diesem Lügen-Kartenhaus gewichen obwohl es längst windschiefer und sturmreifer in den Seilen hängt als das Gatter des Ogre-Geheges Bumstis sämtliche Aktivität auf sämtlichen von ihm heimgesuchten Plattformen ist zunächst und zuvorderst Ausdruck seiner nahezu unendlichen Anmaßung die Welt schulde ihm ein bequemes Auskommen weil er nach wie vor der unverrückbaren Ansicht ist nach immerhin vier hier, da und dort nach der Dulli-Schule zusammengestoppelten Jahren der Erniedrigung auf dem Niedrigstlohnsektor habe er für den Rest seiner Tage genug gearbeitet Sämtliche Tätigkeiten, derer der Arschgestalter Arbeitsverweigerer sich zu Brüsten nicht müde wird, machen insgesamt keine vier Jahre Beschäftigtenverhältnis aus Sämtlich nicht vom Schmandzack selber organisiert, sondern von diversen Zeitarbeitsagenturen die ihn natürlich seitdem längst aus der Kartei und auf die schwarze Liste gepackt haben Und so traumatisch war diese unrühmliche Serie des Scheiterns für das instabile Selbstbild des Narziss-Ogers dass er beschloss, er müsse nach dem Heimgang seines nichtswürdigen Erzeugers bis an der Weltende nie, nie mehr irgendwann pünktlich sein irgendwie Weisungen befolgen oder irgendwelchen Pflichten nachkommen du Chrisse, Tür nicht zu! Dieser Anspruch allein, so eitel und hageldomm er auch sei ist freilich nur das erste Standbein das der bräsig-blöde Bläsack mit seiner Minstexistenz belastet Das zweite ist das nicht minder eitle oder hageldomme Selbstporträt des Internetbettlers als hart arbeitenden Leistungsträger Der erzfaule Problembärenhäuter denkt erstens, er müsse nie mehr arbeiten behauptet aber dabei, seine lästerliche Nassdauerei sei genau die harte Arbeit der er sich schon sein Leben lang verweigert Man kann es sich einfach nicht ausdenken, rot für dumme! Dass sich diese zwei an sich schon grundfalschen Annahmen obendrein deutlich widersprechen sollte selbst dem langhaarigsten Tagedieb im deutschsprachigen Internet einleuchten Man kann nicht gleichzeitig jedwede Anforderung der Leistungsgesellschaft als unmenschliche Zumutung von sich weisen und gleichzeitig für sich in Anspruch nehmen funktionierender, wo nicht vorbildlicher, gar legendärer Teilnehmer genau dieser Leistungsgesellschaft zu sein Und unser Sackwubi mag zwar ein ganz besonderer Mensch sein, aber die Dissonanz eines so eklatanten Widerspruchs tönt laut genug, auch den Kirmesmeddel in seinem Spatzenhörn aus dem Takt zu bringen Immerhin läuft und schaltet auch das Ogerstübchen wie jedes andere Hirn Wenn auch seit jeher nur auf zwei Töppen Wie also erklärt sich der Wongelwubi die Dissonanz? Immerhin hält er sich wirklich und wahrhaftig und ganz ohne Spaß für einen fleißigen Vorzeigewusler und Werkler dessen Tagespensum an härtester Arbeit selbst das eines Leibeigenen zu König Ottokars Zeiten bei weitem übertrifft Also warum um alles in der Welt ist dieses Musterbeispiel an Fleiß und Schaffenskraft ständig und seit Monaten pleite? Wie rendert sich sein Spatzenhirn diese Fehlschaltung zusammen? Gar nicht So einfach ist das Das Ogerstübchen registriert Frustration, verursacht durch notorischen Geldmangel Gleichzeitig ist der Speckbeppo aber fest davon überzeugt besonders fleißig und besonders hart zu arbeiten und das quasi rund um die Uhr Wenn sich also trotz dieser vermeintlich vorbildlichen Verhaltensweise der erwartete Erfolg nicht einstellen will dann kann das nur und einzig daran liegen dass die Welt halt ungerecht ist und den Prallflatsch auf besonders harte Probe stellt Sein Weg ist der härteste Allen anderen fällt der gerechte Lohn für ihre Bemühungen quasi in den Schoß Nur der Fletschkappes, der guckt in den Mond Aber so und nicht anders läuft das ja auch in den Märchenzeichen-Trickserien aus Fernost die der hageldomme Kinskopp nicht müde wird sich ins Spatzenhörn zu stecken Da ist der Held auch zunächst angefeindet und allerlei Misshelligkeiten ausgesetzt Aber dessen ungeachtet lebt er seinen Traum und dann wird er wahr Einfach so Alles was er braucht ist eben ein gerüttelt Maß an Entschlossenheit und Willenskraft Dann lösen sich die Widerstände der ungerechten Welt pünktlich zum Happy End in Wohlgefallen auf Und der Held kriegt endlich alles, was ihm ja ohnehin schon zusteht Und je länger und härter er vorher dafür gelitten hat desto umfangreicher fällt freilich danach die Belohnung aus Dass Entschlossenheit und Willenskraft erstens zwar notwendige aber beileibe keine hinreichenden Voraussetzungen für Lebensglück sind Dass zweitens auch noch so viel Entschlossenheit nicht ausreicht die Sachzwänge einer realen Gesellschaft auszuhebeln Und dass schließlich drittens unser Märchenbommel die eigene Unbelehrbarkeit und den wirklich atemberaubend hageldommen Dickkopp reichlich eigenmächtig zu Willenskraft umetikettiert hat Könnte einem Kindeklar sein Dem Schandsack ist nichts davon bisher eingeleuchtet Auch nach sieben Jahren nicht, Rotverdomme Er sitzt allen Ernstes da und überlegt und grübelt Heißt, er schlägt seine zwei verbliebenen Hönzellen aneinander wie ein Schellenaffe die Cinellen Woran es denn wohl liegen könnte dass trotz des beharrlichen Gegenwinds seitens der Plattformen, die ihn bannen der Behörden, die ihn maßregeln der Schulden, die ihn immer noch drückender werden und natürlich der bösen Hater, die ihn heimsuchen der Erfolg immer noch nicht da ist Obwohl er doch so bewundernswert sturheil also will sagen heldenhaft weiter auf ihn wartet wie Weiland der Mini-Wingel auf den Weihnachtsmann Er kriecht und kriecht es nicht zusammen Man kriecht und kriecht die Tür nicht zu Freilich ist auch, wer über genügend Reflexionsvermögen verfügt gegen Frustration nicht gefeit Die gehört zum Leben dazu Wer sich ihre Ursache aber erklären kann der ist von dieser Frustration eben frustriert Also traurig, niedergeschlagen, entmutigt oder antriebslos All das ist der Schandsack viel zu selten Es geht zwar auch nicht recht zusammen dass er einerseits viel zu große Stücke auf seine vermeintlichen Dulderqualitäten und seine Willensstärke setzt Gleichzeitig aber nicht müde wird sich über das immer noch ausbleibende Happy End seiner Leidensgeschichte zu beklagen Aber diese miese petrige Verstocktheit schlägt viel zu selten in die entmutigte Passivität der echten Frustration um Denn im Spatzenhörn vom Schauerberg herrscht schon seit zwei Jahrzehnten große Pause Und so nimmt er so kackendreist wie Dom weiter täglich stundenlange Videobeweise seiner Unbeholfenheit bei der Bedienung anspruchsloser Videospiele auf und rotzt sie ins Internet Immerhin ist er ja ein waschechter YouTuber Komplett mit Abo-Specials und Merch und Autogrammkarten Die schon griffbereit in der Tasche der Kunstlederkutte steckten Als er schwitzend vor Sozialphobie abseits all der fröhlichen Menschen am Bergfest an einer Mauer lehnte Und vergeblich darauf wartete, von seinen Fans erkannt und zu Mitfeiern aufgefordert zu werden Und weil der 100k Playbutton in erreichbare Nähe gerückt scheint Wird nun gar das einzige Format reaktiviert, das nicht von Anfang an in Grund und Boden geschmäht wurde Und folglich ist der Radlwubi wieder da Könnte aber auch einfach sein, dass der Knetgummikopf vor kurzem Rocky Balboa geschaut Und da Motivation zur Körperertüchtigung bezogen hat Ein passendes Filmzitat, in dem es um das Durchhalten und Bestehen gegen eine harte und böse Welt geht Hat er ja auch schon rausgehauen Nun folgt also eine Trainingseinheit, in deren Verlauf der Qualemann immerhin die Kalorienmenge eines einzelnen Schokobons verbrennt Ganze zweimal sechs Minuten strampelt der Bolzprallog er nirgendwo Und um auf zumindest 20 Minuten Trainingszeit zu kommen Verbringt er die zweite Hälfte dieses Pensums mit unbeholfener Posiererei mit einem Gummiband Überhaupt, die Pose Sie ist Bumstis Lieblingsdarstellungsform Egal ob mit Gummiband oder ohne Aber am liebsten mit Waffenspielzeug In den eigenen vier Wänden In der Unkrautplantage, die einmal seiner Väter Garten war Oder auf offener Straße mit Besenstiel oder Blechschwert Immer wirft er sich in Positur Immer hantiert und fuchtelt er so herum Wie es sich für den unbeugsamen Helden des Märchens ziemt Dessen Lebensglück sich im siebten magischen Jahr doch nun wirklich einmal einstellen könnte Lang genug ist er doch nun den schweren Weg gegangen Aber wirklich irgendwie vorwärts gekommen ist er freilich nie Der arme, dumme Knallkopf Seine gesamte von ihm viel zitierte Existenz als YouTuber war nie etwas anderes als Pose Eine herbeifantasierte Scheintätigkeit Eine ersehnte Wunscherfüllung, die irgendwie einfach so durch reine verbohrte Sturheit wahr werden sollte und soll In keinem einstigen Monat seiner gesamten Internetsaktivität Waren die Einträge der diversen YouTube-Kanäle auch nur ansatzweise hoch genug Dem Mistmagen in den Arschgestalt eine Existenzgrundlage zu liefern Der Schmanzsack entlarvt diese Scheintätigkeit ja selbst immer wieder Wenn er nicht anders kann, als sie Mein Zeug zusammenzufassen Eine völlig vage Beschreibung der Pose, die längst zur Posse geworden ist In die nur immer wieder allzu berätes Zeugnis davon ablegt, wie eitel er wirklich ist Dass er nicht müde wird zu posieren, liegt ja auch daran, dass er nach wie vor davon ausgeht, er sehe dabei gut und heldenhaft aus Und wenn ihm, sei Zeug, sein ganz und gar sinnleeres und hageldommes und ja seit Jahr und Tag strunzlangweiliges Weiterhin nichts als Anfeindung beschert, glaubt er gerade deswegen weiterhin auf dem richtigen Weg zu sein Dem harten und dornigen Pfad des Kriegers, der ihn aber ganz sicher zum Erfolg führen wird Wenn er ihn noch schön bockeblöd weiter entlangwongelt, so frustrierend das auch sein mag Denn frustriert ist er, der Domme Mostbommel Aber eben auch eitel genug weiterhin anzunehmen, er erlebe diese Frustration völlig zu Unrecht Weil er sie nicht als notwendige und völlig logische Folge seiner boxfaulen Arbeitsverweigerung erkennt Sondern als die Ungerechtigkeit einer bösen Welt, die sich gegen den Helden mit dem Plastischwert stellt Und so gebiert ein Laster das andere und gesellt sich zusammen, was zusammengehört Der verwahrloste Garten treibt böse Blüten, die aufgehen aus unredlicher Saat A plus S gleich I Merkt sich schnell und einfach und liefert die theoretische Grundlage zur Erklärung von Aggression Acedia, Trägheit, führt zu Frustration Superbia, Eitelkeit, lässt diese Frustration zur empfundenen Ungerechtigkeit werden Dann heißt die Folge I-Ra, Aggression Der A-S-I ist komplett Und der Wongo ist nur deshalb nicht einfach nur frustriert, also traurig und niedergeschlagen und antriebslos Weil er wirklich und wahrhaftig glaubt, seine Netzpossen müssten ihn doch eigentlich längst reich und berühmt gemacht haben Deshalb schultert er das Schwertspielzeug und wongelt ins Freie, um dem fiesen Fassadenkletterer Dem garstigen Gatterrüttler und dem ganzen anderen Packvolk und Gesocks mal so richtig eine an die Batterie zu geben Leider nein, leider gar nicht Denn richtig und tüchtig gewalttätig zu sein, das kriegt er nicht hin, der Schmandkäßmann Weil er eben nichts kann, wirklich ganz genau nichts und gar nichts, Rotverdomme Er kann keine Schlägerei anzetteln, weil er nicht zuschlagen kann Er hat schon alle Hände voll zu tun, das Gleichgewicht nicht zu verlieren Der Furzgas Zeppelin steht immer kurz davor, irgendwo gegen zu dotzen, zu stolpern oder sonst wie zu havarieren Und schon nach sekundenlangem Stehen muss er irgendeinen seiner Ersatzärsche irgendwo anlehnen, um nicht einfach umzufallen Nicht, dass er es nicht versucht hätte Wieder und wieder und wieder Aber was er auch tut, die Leute rumschubsen oder niederringen oder bewerfen oder ihnen aufs Händchen dreschen wie nicht ganz gescheit Er kann und kann keinen Schaden anrichten Zu schwach, zu unbeholfen, zu ohnmächtig Körper klaust der Gewaltwambo vor seinem Gehege herum Und wenn er dann doch einmal aus reinem Zufall jemandem eine Dose vor den Koffer kickt oder beim Langen durch die Zauntrümmer einen Kuchenkinderkopf erwischt Freut ihn das so ungemein, dass er sich die Wiederholung gleich dreimal anschaut, in Zeitlupe Und aller Wahrscheinlichkeit nach fasst er sich dabei an den Pimmel Also buddelt er dabei den weitwunden Maulwurf aus dem Fettbau heraus Dass er trotz erwiesener Harmlosigkeit wegen Körperverletzung verurteilt ward, liegt ja auch nicht daran, dass er wirklich wen verletzt hätte Sondern eben nur daran, dass er bei dem dahingehenden Versuch eine illegale Waffe benutzt hat Gelernt hat der Arschflötsch daraus freilich nicht das Geringste Im Gegenteil, diese Verurteilung hat ihn nur noch aggressiver und gewaltbereiter gemacht Denn die daraus resultierende Frustration konnte, kann und will er sich nicht anders erklären als eine weitere Ungerechtigkeit Er hat sich doch nur verteidigt, die anderen gehören eingesperrt Und solange ihm keine Gerechtigkeit zuteil wird, kommt er weiter mit allerlei Talmi in der Kinderfaust zum Drohen und Werfen ans Gadda Der arme, dumme Knallkopf Denn wohin mit der Aggression? Sie kann sich ja nicht gegen ihn selbst richten, da sei der Narziss aber vor Drinnen in der Ranzschanze kann er sie höchstens an den Rollbrettfahrern, Elfenjungen oder Meuchelmördern abreagieren Die er zwar durch die virtuellen Welten seiner Videospiele steuert, ihm aber keinerlei Identifikationspotenzial bieten Also kann der Brüllaff sie nach Noten zammbrüllen und beleidigen Und wenn das auch nicht mehr hilft, kann man ja mal wieder was am Albtraumhaus kapott machen Hier und da ist bestimmt noch was nicht ganz und gar zertöppert Auf lange Sicht reichen aber diese leblosen Ziele nicht hin Die ersehnte Triebabfuhr zu erleben Da müssen richtige, echte Gegner her Am besten solche, die sich nicht wehren können Also wendet sich die Flöttschpiepe wutschnaubend an die Behörden und die Staatsgewalt Um ihnen mitzuteilen, dass sie allesamt seine Feinde und er sehr böse auf sie ist Schade nur, dass die so gar keine Reaktion zeigen Rolo Allah, es ist wirklich schade, rot verdomme Die Ausfälle gegen Energieanbieter, BLM oder Landgendarmerie sind aber schlussendlich nicht viel anders als die gegen seine Videospielfiguren Für echte, langanhaltende Triebabfuhr muss die Aggression auch ein echtes Ziel haben Und siehe, da stehen Kuchenkinder an der Straße, vor dem Tor oder gar direkt am Gatter Die sollen es sein, das ist der Feind Und so schickt die Schaastrommel sich an, sie anzubrüllheulen, zu beleidigen, zu bewerfen, zu bespucken Und sich sehr sehnlich zu wünschen, er könne ihnen wirklich und wahrhaftig einmal die Prüchel so meilenweit nausschmaßen Dass es von den Bergen wieder hallen möge Dass sie ihm rein gar nichts getan haben Dass der einzige Vorwurf, den der Arschranz gegen sie erheben kann Sich im völlig wagen und unbestimmten Scheiße gebaut erschöpft Tut da zwar nichts zur Sache Der Matschkappes will nicht, dass sie da sind Sie sind trotzdem da Und zwar nur, weil er sie selbst eingeladen hat Nicht damals, als er sie aufforderte, sich zu trauen und zu ihm zu kommen Sondern Jahre später, als ihm die Kackhäder von den Stadtwerken den Strom abgedreht hatten Da sollten die ganzen Kuchenkinder gefälligst zu ihm kommen und Booster kaufen Damit der selbst erklärte Helden-Wubi nur ja nicht wieder arbeiten gehen muss Freilich hätte er sich denken können, welche Geißel er damit nicht nur über sich Sondern auch sämtliche Anrainer heraufbeschwört Aber das war ihm völlig egal, dem Gierschlund vom Stamme nimm Sollen die Pilger doch in hellen Scharen über das Elendskaff hereinfallen Hauptsache, sie lassen ihm schon Kohlen da Dass sein Kunden stammt sich damals schon In dem Konglomerat bräsiger Hundehütten Und gegen die Hundemenschen, die darin mehr Hausen als Leben aufgeführt haben Wie vor dem nur die gottlose Schwedenmäute, die Weiland der Herren seinem gerechten Zorn den Schauerberg brandschatzen ließ Hat den Gier-Wubi natürlich nicht daran gehindert, arschgenau dieselben Marodeure im nächsten Jahr wieder zum Boosterverkauf zu bitten Und im nächsten Jahr aufs Neue Bis endlich die Gewerbeaufsicht ein Einsehen hatte, persönlich vorstellig wurde und den Raffsack in barschem Ton aufforderte Seinen scheiß Kinderkaufmannsladen abzubrechen und sich ins Dreckshaus zu trollen, und zwar Flotto Heute hat der Schweinereimer die Barne natürlich ebenso nötig wie damals in der Stromnussstaffel Und wenn er nur könnte, wie er wollte Er säß ja längst wieder als ukrainische Klofrau verkleidet in der hölzernen Kinderpost Damit nicht die Alarmanlage wwwwwwww macht, sondern die Kasse scha-king Siehe, da stehen zehn Kindskörper an der Straße Macht einen Hunderte Für Vergangenheitsreiner Gegenwartsreiner geht leer aus, und das findet er natürlich ungerecht Wenn der Gewaltwambor heute auf die Ex-Kundschaft loswongelt, dann sicherlich auch aus blankem Neid auf Vergangenheitsreiner Vermutlich könnte man, indem man nur eindringlich und wiederholt genug vor dem Tor den Wunsch nach Erwerb von Drachenbostern kundtut, den Neidbommel zu einer gar sonderschönen Brüllheulerei inspirieren. Besucht man den ehemaligen Boosterbasar gar in Damenbegleitung, braucht es gar keinen weiteren Anlass, dass die lästerlichste Invidia sich brüllheulend Gehör verschafft. Alle, alle sind sie Huren! Schließlich vollziehen sie den Geschlechtsakt mit irgendwelchen dahergelaufenen Pilgerkindern und nicht mit dem Lustlord. Und das muss man ihnen mitteilen, während ihre Beschäler feixend dabei stehen. Eine weitere Eskalation der Gewaltspirale ist hingegen nur schwer zu bewerkstelligen. Da die Schaastrommel vom Schauerberg grundsätzlich jede Frustration als Ungerechtigkeit empfindet, ist der Arschgestalter Arscheimer mit Gewaltbereitschaft ohnehin gefüllt bis zum Rand. Und wenn die Gier und der Neid gerade besonders arg drücken, wird der Eimer überschwappen. Ganz gleich, ob da nun welche am Gatter wackeln, auf die Garage steigen oder einfach nur dastehen und wollen Booster, Booster, Booster. Wenn der Fressklötz sich gerade vorher schön Dreckfressi in den Mostkop gesteckt hat, bleibt es bei der Scheinaggression, der Prosiererei und dem Gehampel, dem So-Tun-als-Ob. Aber wenn der Blutzuckerspiegel niedrig genug ist, dann fliegen mal wieder die Kinderfäustchen. Und passieren wird wie immer genau nichts, weil der Speckbeppu ungefähr so wehrhaft ist, wie ein Hamster, dem man ein Küchenmesser umgeschnallt hat. Den unverbesserlichen Tastaturtätern der Kategorie C, die sich eine Befriedigung ihrer lästerlichen Gelüste dadurch versprechen, dass sie Bums die Spielzeug in Waffenform oder gleich waffenfähiges Sportgerät zukommen lassen, sei versichert, dass auch all diese Gerätschaften die Gefährlichkeit unseres Quallemanns nicht vermehren. Einen herkömmlichen Sportbogen könnte er gar nicht bedienen, ohne sich selbst dabei wehzutun, der arme, dumme Knallkopf. Wollte man Bums dies Aggressionspotenzial steigern, wäre es viel ratsamer und erfolgverheißender, sein Frustrationslevel zu erhöhen, den arschgestalten Hungerleider einfach noch mehr gieren und neiden und vor allem hungern zu lassen. Heißt es verbindlichst zu unterlassen, ihm den Fett- und Zuckerbedarf mittels seiner Battle-Einkaufsliste zu decken. Gott verdumme!